Musik Eine Sensation, ein Forscherteam aus Frankreich hat es geschafft ein Fabelwesen namens Pegasus zu erschaffen. Die Franzosen kreuzten einen Vogel mit einem Pferd. Damit ist das Forscherteam Avril Blackwell das erste, welches eine Kreuzung zwischen einem Vogel und einem Säugetier erschaffen konnte. Nach Aussagen der Forscher war es gar nicht so einfach, sollte eine Kreuzung zu erstellen. Es sei ein langwieriges Unterfangen gewesen. Letztendlich aber mit Erfolg. Avril Blackwell hatte verschiedene Bestandteile der DNA des Vogels, in diesem Fall einer weißen Taube, mit der des Pferdes getaubt. Als sie sahen, dass mit dem Pferd auch die Flügel des Pferdes wuchsen, war die Freude groß. Durch diese wissenschaftliche Errungenschaft können wir schon bald ganz andere Fabelwesen erzeugen. Musik